Her und Willkommen! Das ist Herr Bergmann! Herr Bergmann! Wie oft noch! Ich geb dir die einmalige Chance, deine... ...deine Begrüßung hier mit zu unterstützen und du machst es einfach nicht. Okay, das ist auch der Hai. Hallo. Du hast gesagt, ich soll das nicht mehr machen in Zukunft. Genau, das hab ich gesagt. Ja. Ah, schon gut. Du meintest, Berge, lass es sein. Es lohnt sich. Und nicht. Du bist so am Leggen. Ihr müsst wissen, er lädt sich gerade mehrere Pornos runter und... Ja, das Internet, das streikt da ein bisschen. Mag das nicht. Und Herr Bergmann, du bist dran, ne? Ich war auch grad völlig irritiert, weil dein Ton klang anfangs auch kurz komisch, Manu. Der hat irgendwie so ein bisschen geploppt. Was? Hör du mich wieder? Ja, ich hör dich. Ja, alles gut. Hey, guck mal, ich kuschelt. Mein Internet ist... Oh, nein! Nein! Das ist ja gar nicht dein Internet. Vielleicht liegt es auch genau daran. Vielleicht ist das der Kasus-Knackduss. Nee, nee, nee. Keiner schafft es. Und das soll eine Hohle in der Wornemap sein. Ich schaff das jetzt. Alter. Da war eine Mine. Ich bin übrigens, anonym, 1944. Oh! Oh, oh! Oh, lol! Ja, wie geil! Da war ich oben und dann kommt da diese Ranzmine um die Ecke. Oh, die Herr Bettmann sogar noch geholfen hat, nice Ja, genau Wobei, eher nicht Naja, doch, eigentlich schon, ne Mach mal rein, mach mal rein, Herr Bettmann Ne, ich spiel auf Nummer sicher Das war dumm Du hast die SL aber auch nicht mehr nötig, ne Du spielst einfach nur so aus Spaß Ja, das stimmt Ja, ey, komm, ich baller da genau rein, es passiert nix Oh, okay Herr Bettmann ist so ein geiler Sahnekorken Ja, dann geh da hin, geh mal da hin Sahnekorken? Kennst du dich nicht? Ja, hey, und willkommen Ey, ich hab, komm, mal bitte n' andere Mal spielen Lass uns überspringen Okay, komm, wir beide Worten Ich mach kurz First Try hier Komm, wir beide Worten dafür Ach, scheiße, jetzt hat er keinen Grund mehr Oh, oh Oh, ja, der war geil, ne So ist das geil Oh, nein Ja, wie geil Ach, ey, geh mir doch nicht auf den Senkel Auf den Senkel Auf den Senkel Aber bitte nicht rein, oh mein Gott Nein Okay, nein, nein, nein Hallo, Emanui Moment, Emanui Nein, 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 nein Es läuft richtig gut Ja, ich hab auch das Gefühl, wir haben da echt viel Skill gerade Oh, oh, oh Geil Ja, ja, guter Versuch Auf jeden Fall Ich baller da jetzt einfach rein Das ist mir scheiße Oh, lol Nein Du machst das jetzt Oh, ja, geil, vorbei Danke Danke Mach, du schaffst es eh nicht Nein Guck's dir an Es ist nicht der absolute Oberhammer Ich dachte schon, du wirst wieder zurückgekickt Ich hätte gelacht Ja, das wäre ein bisschen doof gewesen Vor allem, weil ich die Mine da oben ja auch mitbekommen habe Naja, gewinnt, Herr Bergmann halt Ich gewinne halt immer Du bist aber auch ein Gewinner, ne? Ich bin so ein Gewinnertyp Meinte meine Mutter schon immer Die meinte, Tim? Die meinte, Burgi, meinte sie eigentlich Die ärgern dich nur, weil du der Gewinnertyp bist Sagte deine Mutter Genau, das hat sie immer gesagt Wie meint das denn jetzt hier am besten? Deine Mutter war aber auch eine Zuckerschnute in ihren jungen Jahren Das stimmt, das stimmt So würde ich eine geile Nice Lol Er schafft es da durch Und geht einfach den ganzen Weg zurück Nice Geile Sache Oh, ich auch was Schön Das hat dir gefallen, ja? Das hat mir nicht nur gefallen Ja, bin ich sorry Geil Genau, an der Stelle zurück, ey Heute ist echt Voll in one-maps, ja Ich merke schon Es läuft gut Oh Heilige Macaroni Ah, sorry Sorry Tut mir leid Ich finde es gut, dass du dir mal entschuldigt hast Wie? Ja, mach ich das sonst einmal Oh, danke Nein Herr Batman Tu nichts Falsches Nein, hör auf Hör auf Ja, die Katze flippt gerade aus Ich muss kurz hier ein bisschen koordinieren Moment Ah, okay Okay Kann ich mitleben Ich helf dir mal, ne? Oh, schade Schade, schade In deinem Mundi Ballerst du mich mal bitte kurz da rein? Wie das? Bist du noch da? Ja, ja Ich bin Ich bin Konzentriert Aber ich habe gleichzeitig immer noch hier Mit dieser Mücke zu kämpfen Und weiß noch nicht so wirklich, wo sie sich findet Dein neuer Erzfeind Aber ja, das ist ein dauerhafter Kampf Wie kann eine Mücke denn nur so faszinierend sein? Ganz im Ernst jetzt Ich verstehe es auch nicht Wenn sie die ganze Zeit dich aussaugt Wie so eine wilde Bordsteinschwalbe Dann würde die dich auch gedrückt werden Nein, Herr Borkmann Alter, was mach ich denn? Oh, oh War gepackt, ne? Amity Bro Tu es nicht Oh nein Ich zeige euch mal, wie man das macht Anstatt ich mal Ja, okay Anstatt ich mal irgendwie aufholen kann Nee So, jetzt warte mal Der war fast gut Aber nur fast Ich muss halt langsam reinkommen Ja, jetzt beim dritten Match Da geht es dann ab Ja, ja Da geht es dann Da geht es dann richtig Oh, da ist der Badmann dran Herr Borkmann, bist du da? Ja, ich muss kurz MLG Äh, mach den 4-3er Den 4-3er? Ernsthaft? Ja, ja Mach den 4-3er Okay Sag ich doch, alter Guter Tipp, oder? Ja, der 3er Ich habe jetzt in der Essel gelernt Den 4-3er Ich mache jetzt nicht Ich mache jetzt den 5-6er Ich probiere den 5-6er jetzt aus Ach, schade Hä? Ach man Wie ist die 42er da am Ende gemeint? So Was? Wie sind die 42er da am Ende gemeint? Die ist richtig tricky Was meinst du? Achso, ach da Achso, ja Lol, stimmt Ja, da musst du genau Durch-trappeln Mit dem Trippler Wie behindert bin ich eigentlich? Ich fahre von meiner Situation Hat sich null verwässert gerade Ja, okay Ich bin off Du bist aber auf alle Fälle Ein wunderschöner Mann Was? Ich glaube, die Mücke hat ihn ein bisschen Der hat bestimmt irgendwie So eine richtig aggressive Afrikanische Krankheit inne Die mich jetzt so langsam Im Verlauf unserer Aufnahme Oh nein, nein, geht er nicht rein Okay, das war dumm Dahin rafft Oh, lol Nein, 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 nein Rein, rein, rein Also heute sind die Maps echt Muss ich ganz ehrlich sein Nicht so gut Hä? Ich find's auch nicht so schön Oh nein Oh nein, geh weg Lol Oh, danke Da bin ich Da bin ich Das hab ich schon ganz gut gemacht Team wir, Kedos Teamen? Ja Wollen wir team? Wenn du willst Nein, 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 nein Oh Gott Jetzt warte mal ab hier Wie soll das mit einem Schlag gehen? Das schaffen 8,5% Wie geht das? Ja, da gibt's bestimmt Einen, so einen bestimmten Trick Ja, sag ich dir Und wenn du den raus hast Ich versteh auch nicht Wie man den 42er jetzt machen soll Herr Berman Alle Türen offen Was meint ihr denn mit 42er? Oh mein Gott Wie dumm War eigentlich richtig Ja, der Essel-Sprache einfach Weißt du? Wenn man in der Essel war Dann, oh Gott Das war holy gamauli Holy gamauli Er kommt Das Böse kommt Er kommt Oh mein Gott Bin ich gut Oh mein Gott Ich hab den 42er hingekriegt Mach das mit einem 11,8er Ja? Einen 11,8? Ja, wenn du da stehst Auf einer 14er Bahn? Ja Let's up Probier ich nicht im Leben Was ihr alle labern tut Oh Gott, ey Wie frustrierend für dich Ach, ich bin jetzt auch noch rausgeflogen Ja klar Gelb ist immer Pipi bring ich immer zum Anfang Ich zeig dir jetzt, wie das One and Whole geht Ja? One and Whole Ich wusste doch, dass irgendwas fallen schwarz So, ich zeig's dir Hast du das gesehen? Ja, war gut Echt? Links ist aber eigentlich kein Loch Ne, ne Ne, ne Nein Oh Mein Mund Jetzt zeig ich's dir Da links ist nicht die Oh, bist du doof, ey So krass Oh mein Gott Er hat den Ja, sag ich doch der 11,8er Ey, also heute ist echt nicht mein Tag Sonst läuft's immer echt gut Die Maps sind auch echt kacke Die Maps sind echt kacke Kann man ja nur sagen Ja Vor allem für so einen ungeübten Spieler Oh nein Die ist scheiße Kennst du die noch? Ich kenn die echten Du auch, Herr Bertmann Die haben wir schon gespielt Zweimal oder so Naja, ich find die eigentlich auch ganz geil Echt? Lutschi 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 In der Mundi Oder ohne? Ja, ja Ne, doch Rauch mit Geil Ich würde euch nicht empfehlen Oben oder unten lang zu gehen Das ist die Hölle Das ist die Hölle Lol Danke Danke Das war sehr nett von mir, ne? Ja, ja So, und jetzt klatsch Oh, schade Ich hätte es echt Mit einem Schlag schaffen können Aber du hast es mir nicht gegönnt Ja, Herr Bergmann Wie fühlt es sich an, dass ich jetzt führe? Hm Oh Was ist denn bei ihm? Was? Wieso? M-L-G 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 To the rest Okay Es sind nur 10 Punkte Abstand Die ich zu Herr Bergmann habe Das ist alles noch drin Zu mir meinst du? Also ich bin ja der Erste Ja, ist los Nee, aber Herr Bergmann hat 24 Ich möchte jetzt zum Zweiten Achso Ah ja, okay Genau Nicht direkt so hohe Ziele stecken, ne? Ja, ich bin sowieso nicht so gut im Stecken Das war von der Selbst ist Bisschen Herr Bergmann, komm mal rein Ja, ich bin gerade dabei, Moment Alter, als ob du den nicht one holen würdest Boah, pack das Geodreieck weg Ich hör's Stille Hat Bergmann schon mal ernsthaft ein Geodreieck benutzt? Ja, ja Ach, als ob Wichtiges Opfer Was ist denn bei dir los, du Frack? Du Frack Du Frack Aber ich mein Frack von so nem Kellner, weißt du? Ohhhh Ja Amelgy Move Alter, du hast ihn ja richtig Einige Du hast mir nicht ordentlich eine reingerauen Ja Okay, nochmal ordentlich deinen kleinen Geilen Schlingel Ja Ah, da Das klingt da Was? Ich hab nicht Ich hab eine Sekunde weggeguckt Und dann ist der drin Was hast du getan? Ja Achso, ich zeige euch, wie das geht Magic Oh, das war fast Ja, war zu stark War einmal zu stark Nein, 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 ein bisschen zu stark Da geb ich zu Aber der hier war perfekt Hast deine Arme zu krass gepumpt Ja, ich pump immer zu krass Das ist eine Matrix-Scheiße hier Das ist ein Fehler einer Mater Oh Gott, oh mein Gott, Alter Das ist dein Reticulum Ich geh gleich AFK Nein Ist auch schön, wie ihr so ein seriöses Battle führt Und ich einfach nebenbei nur so ein bisschen wie so ein Loop im Nichts rumdrück Du hast das geschafft, was 10% der Menschheit auch schafft Komm, 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 komm Nicht, nicht, nicht Nein, 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 nein Da bin ich kurz ein bisschen ausgerastet Tut mir leid Alter, als ob Oh mein Gott, wie Okay Er führt Sehr schön Bin ich überrascht Ist aber auch nicht schwer, ne Muss man sagen Boah, bitte Geh einfach nur Oh, danke Obwohl, du darfst aufholen Du darfst echt aufholen Nur er nicht Okay Warum bist du immer so gemein zu mir? Weil du ständig Irgendwelche komischen Triller machst Und ich immer den Schwarzen spielen muss Ja, und? Das ist ganz genau, was ich damit ansprechen will, ne? Da hat er allerdings recht, Berghi Vor allem wie, 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 ähm, wie, äh, 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 tiefgründig das eigentlich ist Dass ich den Schwarzen gespielt habe, der seine Maske abgezogen hat Hm, ist das nicht krass? Das hat er, weil, das war ja auch alles Geplant, ne? Eine Metapher quasi Achso Eine Metapher für Käse Ich hätte doch auf Käse Ich stecke Hättest du jetzt, hättest du jetzt richtig Bock auf Käse? Ich hätte Lust auf Käse Soll ich verraten, wo ich, wo ich Käse hinstecken würde, wenn ich jetzt welchen hätte? Ja, sag mal, wo, wo, wo rein? Sag mal Mein Mund Und, äh, was, was würdest du noch gerne auf den Käse drauf schmieren? Weißt du, Bergmann, dass du das noch abspielst, dass du Selfie persönlich kennengelernt hast, ja, das ist echt, also Ja, das ist echt respektlos Hey, wieso? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das hat viel mit ihm zu tun Du weißt ganz genau, als ob er eine ganz, ganz zahre Seele ist Ich steh auf Nutella War, war Selfie nicht auch bei irgendeinem Projekt dabei? Kannst du mal kurz sagen, wo der dabei war? Den Sound hab ich nicht Ach, das war schade Schade, schade Oh, kacki Ja, oh, kacki Wer hat das denn gesagt? Takeshi Und ich hab grad, äh, von Selfie ein, ich bin in Varro erwartet Ey, komm, das ist doch nicht deren Ernst, oder? Guck dir das mal an, das sieht aus wie zwei Külten Ja Bergmann, mach Alter, als, hä? Was? Okay, okay Ähm, benutzt Rechtsklick, dann geht es besser Genau Arschcreme Nee, echt Oh nein Oh, was sagt er mit Rechtsklick? Mit Rechtsklick hat man so Doppeldinger, ne? Mhm Nee, nicht Doppeldinger, dann drehst du um Du drehst dann um Ja, dann hättest du gerade mehr reinballern können Wie, dann hätt ich mehr reinballern können? Kedos, mach jetzt Ja, aber soll ich jetzt mit Rechtsklick ab sofort immer schießen? Nein, 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 gerade eben war es optimal, weil du in Ecke warst Was, was, was kann ich denn so mit Rechtsklick alles machen? Ähm, guck's dir selber an, da hab ich jetzt echt, also auf diese Scheiße, ja genau Also hast du, hast du keinen Bock drauf auf die Frage? Nee, nee Ja, aber da kann ich ja so Eckwinkel und so Zeug, das ist ja crazy Ja, provozier mich nicht Ja Okay Mein Mund Herr Bergmann, jetzt mach Achso, ich bin reich Alter Ja, okay Der war nice Der war noch nicer Mann, ich will was anderes spielen Pokémon Rot Zum Beispiel Ja, guter Einwand Kedos, hör auf zu rechnen Ich rechne nicht Ich wundere mich, wie mein Körper auf diese Mücke reagiert Oh Mann, ey Hör auf die Hast du ein Mücken-Placement? Ja Lol Ja Was, was, wie hast du das denn gemacht? Ich hab keine Ahnung Ja, genau dann will ich auch, Herr Bergmann Ja, geil, geil Du willst ja noch ein paar andere sagen Was ist eigentlich daraus geworden, als letztendlich diese Hardcore-Orgie da bei dir unten im Keller war? Warst du, warst du dabei? Da hab ich mir sicher doch zugeguckt, aber ich erinnere mich nicht dran Achso, okay War das gerade, war das Soundport? Ja, ich stell mir, ich stell mir immer vor, wie Herr Bergmann sich voll so voll die Gedanken macht Was könnte man denn miteinander verbinden? Schnelle Geschichte ausdenken Nein Ey, das kommt ganz spontan, Alter Ja, ja Deswegen bist du auch vorher immer eine halbe Stunde still Alter, jetzt Oh mein, oh mein Ja, okay Okay Kein Problem Schub sie mal Ach, das bin ich ja Ich wollte erst sagen, schub sie mal ins Gelbe Aber bitte nicht Nein Was sind das denn für Maps, ey Ich mein, ich bin bei 53 Ja, echt krass Echt krass Ey, Alter, ich fühl mich so provoziert Also das macht halt einfach gar keinen Spaß Ja, das ist, das sind richtig eklige Maps, diese Runde Gut, erst mal an Ja Du kannst keinen Move machen, ohne dass da nicht irgendeine Scheiße passiert Genau das Jetzt geht's rein, Alter Oh, jetzt mal, oh mein, oh mein, oh mein, oh mein Schade Ach, wohl Ist ein guter Anfang Der Winkel Oh Weiß nicht Oh nein Das ist nicht das Problem Oh, fuck Aber das Problem liegt eher an der glatten Unterfläche Darüber lacht man nicht Darüber lacht man nicht Herr Bertmann, guck mal weg und stupst mal irgendwo rein Ja, oder so Okay, ich stupse gleich volle Karte rein Aber wieso, hä, wieso denn? Fridenschaften machen oder so? Ja, genau Ein Video Okay Eine Montage, eine MLG-Montage Okay Ja, geil, danke, dass ich hier sein darf Oh Null Was war denn das jetzt? Ich sag dazu mal gar nichts, nein, danke dafür Vielen Dank Bitteschön Aber ich hab mich gerne gemacht Ich wette, jetzt schafft er es einfach zu mir und schubst mich nur ins Gelbe rein Wehe Wehe, Junge Okay, danke Mein Mund Arschcreme Ich hab gewonnen Tja Hey, wie das denn? Hä? Ich hab doch vorhin die ganze Zeit geführt Nee, scheinbar nicht Natürlich Glaubst du, ich hab sie uns manipuliert, oder was? Ja Du hast einfach deine Momente nicht genutzt Ja Ja Provozier mich nicht Oh, das war, das war nett Das war gut, ne? Ja Oh, naja Kann halt nicht jeder so ein MLG-Pro sein, weißt du, ich hab dir sogar noch Tipps gegeben Aber okay, wenn ihr die nicht annehmen willst, dann ist das schon gut War's das jetzt schon? Ja, das war's, das war's Das war's Ja, so scheiße ist der Part Das ist der Part Deswegen, liked ihr noch alle und guckt in die Videoschreiber und da ist Kedos an der Bock, Mann Hm? Wie konntest du denn jetzt gerade nicht wissen, dass es vorbei ist? Es hat Manu doch eben erst geholkt Also, als wir mal in dem Alter sind schon nicht so nett, ne? Ja, eben Eben Das stimmt Ja, das ist auch mein Motto Ja gut, dann guckt halt nicht bei den beiden vorbei Liked einfach nur den Part Tschüss, bis dann Tschüss Tschüss